Hallo und herzlich willkommen zum Unternehmer-Journal. Hier bekommen Sie aktuelle Einschätzungen von Experten, die für Ihr Business relevant sind. Was auch immer sich in Ihrem Markt, in Ihrer Branche verändert oder bewegt, wir ordnen es für Sie ein und haben die passenden Experten dazu. Mein Name ist Sonja Zielenbach und dieses Mal geht es um die Frage, wie baue ich mir ein wirksames Coaching-Business auf. Dazu begrüße ich ganz herzlich bei mir im Studio Jurat Schersat. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Was ist der wesentliche Aspekt, um als Coach erfolgreich zu sein? Abgesehen von Expertise, dass ich natürlich als Coach, Trainer, Berater gewisse Ausbildungen habe, Zertifikate habe, wo ich mich stetig immer weiterentwickele, ist das Thema Wirksamkeit, das Thema Sinnhaftigkeit in das Thema Unternehmertum, in das Thema Coaching-Business für mich ein wichtiger Grundbaustein. Was meinen Sie damit Wirksamkeit und Sinnhaftigkeit? Ich habe in den letzten fünf bis sechs Jahren mit über 800, 900 Coaches und Experten gesprochen, gearbeitet, sie auch wirklich Step by Step dahin entwickelt. Und ich habe festgestellt, dass du kannst als Coach erfolgreich sein, du kannst viel Geld verdienen, du kannst fünfstellige oder sechstellige Monatsumsätze oder Jahresumsätze generieren. Jedoch das Thema Sinnhaftigkeit, dass du etwas tust, was du liebst, was du kannst, vor allem auch, was die Welt braucht. Dass du nach Hause kommst und das Gefühl hast, abgesehen davon, dass ich in meinem Unternehmertum, in meinem Coaching-Business erfolgreich bin, habe ich auch eine Wirksamkeit und Sinnhaftigkeit in das, was ich tue. Dass ich nachts, wenn ich schlafen gehe, das Gefühl bekomme, ich tue etwas Gutes. Ich tue mir was Gutes, ich tue meinem Publikum was Gutes und ich kann mit innerer Ruhe nachts einfach schlafen. Und das ist halt für mich so, was kann ich auch hinterlassen? Also wie kann ich die Gesellschaft, die Generation, was nach mir kommt, zu mehr Wirkung, zu mehr Sinnhaftigkeit führen? Ist das so ein erster Ansatzpunkt, wenn man zu Ihnen ins Coaching kommt? Definitiv. Also ich ziehe das auch energetisch an, das ist klar. Bei uns kommt keiner, der nur noch auf das Thema Geld oder das Thema Erfolg oder Reichtum fokussiert ist, sondern bei uns sind meine Publikum, meine Interessenten, mehr in das Thema Wirksamkeit, mehr Sinnhaftigkeit zu schaffen, das Leben von anderen Menschen zu transformieren, zu verbessern. Und ich glaube, das ist das, was sich auch langfristig als Unternehmerin oder Unternehmer erfolgreich macht. Jetzt hat ja der Coaching-Markt auch zwei schwierige Jahre hinter sich. Es gab und gibt immer noch eine große Krise. Glauben Sie, dass dieses Bewusstsein, diese Spiritualität, die Sie in Ihrem Coaching anbieten, dass das immer mehr wird? Was beobachten Sie da? Es wird definitiv mehr. Die Krise hat auch dazu geführt, viele denken, okay, Krise, aber auch in einer Krise entstehen Chancen. Und ich glaube, viele Unternehmer, viele Unternehmerinnen haben auch dieses Bewusstseinsebene entwickelt, Zeit mit sich zu verbringen. Dass auch mal sich Fragen zu stellen, was das Thema Identität angeht. Warum mache ich das, was ich mache? Warum tue ich das, was ich tue? Und diese Krise hat auch dazu geführt, dass wir die Zeit, die Ressourcen hatten, über wesentliche Dinge im Leben nachzudenken. Weil wir leben momentan in einer sehr schnell lebendigen Gesellschaft. Es passiert alles sehr schnell. Jetzt kommt künstliche Intelligenz. Menschen wollen schnell Digitalisierung, Internet. Ich glaube, die Fähigkeit in der heutigen Gesellschaft ist es, Zeit mit sich selbst zu verbringen. Und dann auch die richtigen Fragen zu stellen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Krise auch dazu geführt hat, und es wird auch langfristig so sein, dass die Leute die richtigen Fragen stellen, dass die Leute mehr dem Bewusstsein entwickeln, mehr Sinnhaftigkeit zu tun, etwas zu tun, was wir lieben, wo wir das Gefühl haben, ich verändere, ich transformiere, ich helfe, ich begleite. Und diese Krise hat definitiv dazu geführt, ja. Jetzt stehen Sie ja wirklich ganz klar für Spiritualität, Transformation. Wie passt das denn mit Unternehmertum zusammen? Ich bin der festen Überzeugung, wenn Spiritualität und Strategie, also Unternehmertum, sich verbindet, entsteht Emergenz. Ich sehe bei mir Leute, die sind auf einer Seite unterwegs. Das heißt, in das Thema Unternehmertum. Ja, wie kann ich Strukturen lernen? Wie kann ich Prozesse lernen? Wie kann ich Schritt für Schritt Anleitungen bekommen, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen? Ja, bis zu einem gewissen Grad funktioniert das. Aber wenn du das Thema universelle Lebensgesetze nicht verstanden hast, wie wir als Mensch funktionieren oder wie das Thema das Universum funktioniert, und das dann geparkt mit Strategie zu verbinden, dann entsteht Emergenz. Dann bist du unaufhaltbar, ja. Und das ist das, was ich auch meinen Teilnehmern in meinem Coaching mitgebe. Wichtiger als Strategie, Prozess, Schritt für Schritt Anleitung ist das Thema innere Haltung. Und 10% ist das Thema Mechanismus. Das heißt, das, was ich im Außen mache, weil das, was du im Außen finden möchtest, als Ergebnis haben möchtest, ist ein Ausdruck von drei weiteren Quadranten. Und das ist das Thema geistige, also spirituelle Welt, mentale und emotionale. Wenn ich hier stark bin, wenn ich das verstanden habe, kann ich in der physischen Welt alles erreichen, was ich möchte. Deswegen sage ich auch, lieber intrinsisch von innen stärken, als von außen irgendetwas erwarten. Jetzt gibt es aber ja tatsächlich immer noch einen großen Coaching-Markt, der sagt, also das kenne ich nicht, brauche ich nicht, habe ich nicht. Wie erklären Sie sich das, dass das für viele wie so ein blinder Fleck ist? Es wird es immer geben. Es wird immer wieder Menschen geben, die sagen, hey, das passt gar nicht zu mir. Und das ist gut. Also du bist ja nicht als Coach geboren oder als Trainer. Mit der Zeit bekommst du so ein Gefühl, du bekommst so ein Gespür für etwas, dass du weißt, dass du für mehr da bist. Und die Leute, die das Gefühl bekommen, diese Prise Wirksamkeit in sich, genau die werden mich verstehen, was ich damit meine. Und ich bin auch nicht everyone darling, ehrlich gesagt, nicht jeder muss das bestätigen, was ich sage. Aber jedoch die Leute, die das Gefühl bekommen, wovon ich oder Jorad redet, die werden das auch anziehen, die werden das auch füllen und die werden auch das Gefühl bekommen, genau das ist das, was ich brauche. Und wenn jemand etwas dagegen hat, das hat auch seine Daseinsberechtigung. Und ich glaube, wir können nicht allen Leuten helfen, wir wollen auch nicht allen Leuten helfen, sondern die Leute, die die Bereitschaft, das Commitment haben. Und ich glaube, meine Aufgabe als Coach oder Experte, Unternehmer, ist es auch nicht, Menschen zu missionieren oder zu belehren, sondern das muss da sein, dieses Gefühl muss da sein. Und wenn dieses Gefühl also da ist, ich habe den Weg zu Ihnen gefunden, wie sieht genau die Zusammenarbeit aus? Also die Zusammenarbeit ist ganz einfach. Wenn man das Gefühl bekommt, hey, das, was der Jorad sagt, das passt, es passt auch menschlich, weil ich finde Werte sehr wichtig, auch wenn wir mit unseren Kunden arbeiten, dann muss nicht nur das Thema fachliche Kompetenz da sein, sondern auch die Menschlichkeit muss da sein. Dann kann man sich natürlich online, überall auf Social Media auf ein kostenloses Erstgespräch bei uns bewerben. Dann schauen wir und gucken wir, ob das generell passt. Wenn wir das Gefühl bekommen, dass es fachlich und menschlich passt, dann gibt es ein Gespräch mit mir oder mit meinem Geschäftsführer, Lorik. Und dann schauen wir gemeinsam, wo die Reise hingeht. Und das Training, was Sie entwickelt haben, wie findet das statt? Gibt es da Module? Ist das ein Online-Coaching? Ja, ja. Also bei uns ist es so, dass unsere Kunden erst mal einen Online-Mitgliederbereich bekommen. Da haben wir Videos, Checklisten, Ausaufgaben, PDF-Dokumenten. Abgesehen vom Online-Mitgliederbereich, was man 24-7 nutzen kann, Tag und Nacht haben wir dreimal die Woche Live-Calls. Einmal im Monat haben wir ein Kick-Off-Event, wo wir natürlich dann unsere Interessenten, unsere Kunden bei uns gerne einladen, wo wir dann nochmal wirklich in die Tiefe gehen. Das Thema Mindset, das Thema Positionierung, das Thema Verkauf, das Thema Marketing. Das sind ja auch wichtige Barometer, Parameter, die man verstehen muss, um auch in der physischen Welt, sage ich mal, diese Dinge zu verstehen, um mehr Wirksamkeit oder mehr Erfolg zu bekommen. Richtet sich Ihr Angebot an Berufseinsteiger oder Erfahrene oder an beide gleichermaßen? Sowohl als auch. Also wenn du das Gefühl hast, du willst jetzt Coach werden und sagst, ey, ich will die ersten Steps machen, bist du gerne bei uns eingeladen oder du bist schon als Coach-Trainer gerade schon seit einige Jahren unterwegs. Also ich habe auch Kunden bei mir, die sind seit 25 Jahren unterwegs im Coaching-Business oder Trainer-Business oder Speaker-Business, spielt keine Rolle, dann kommen sie auch gerne zu uns. Also es spielt jetzt keine Rolle, ob du am Anfang bist oder Ende. Man muss gucken, wo du stehst, ja, was ist dein Ziel, wo willst du gerne da sein und dann gucken wir gemeinsam, wie wir das gemeinsam realisieren können. Jetzt stellen Sie ja die Spiritualität, die innere Haltung sehr in den Vordergrund. Ist Geld verdienen denn so schlimm? Ne, ich finde, Geld ist wichtig, aber es ist nicht alles. Ich habe das Gefühl oder ich bin der festen Überzeugung, Geld bekommt, macht in einer bestimmten Situation, wenn Geld für diese Situation wichtig ist. Aber gleichzeitig auch unwichtig für Situationen, die wir es nicht brauchen. Aber wer denkt, dass Geld nicht wichtig ist, hat auch intrinsisch falsche Glaubenssätze im Bezirk auf Geld. Also da muss man schon mal in das Thema Money Mindset gehen und auch mal ein oder andere Dinge zu hinterfragen. Was habe ich schon als Kind mitbekommen? Konditionierung im Bezirk auf das Thema Geld, denn es gibt drei Arten von Konditionierung. Einmal verbale Konditionierung. Also wir haben unsere Eltern, unser Umfeld über das Thema Geld, als ich noch klein war, gesprochen haben. Was waren so eigene Ereignisse, so eigene Lebenserfahrungen, die ich selber gemacht habe? Und natürlich auch das Thema Vorbild, also auch unsere Eltern. Wir waren in deren Gestik, Mimik und das Kind, nehmen wir das auf und werden durch unser Umfeld? Eine meiner Mentoren hat gesagt, Jorad, Proximity is power. Das heißt, unser Umfeld hat einen riesen Einfluss auf unsere Konditionierung. Und wenn du denkst, dass Geld nicht wichtig ist, das ist bestimmt ein Thema. Und da darf man langsam rangehen, auch diese Glaubenssätze, diese Sachen dann in Frage zu stellen. Haben Sie vielleicht eine Beispielgeschichte mitgebracht, wie jemand zu Ihnen ins Training gekommen ist und was er dann erreicht hat? Eine meiner Kundinnen, also ich liebe alle meinen Kunden. Also sobald unser Kunde bei uns im Coaching-Training ist, dann gehören sie zur Familie. Also die Leute, die bei uns im Training sind, haben auch das Gefühl, dass sie für uns keine Zahlen sind, sondern Nummer. Oder sondern, das sind für mich Menschen, die eine Entscheidung getroffen haben, mit uns diese Reise zu machen. Und es gibt viele Erfolgsgeschichten, was ich in den letzten fünf bis sechs Jahren erlebt habe. Aber eine Sache war für mich extrem wichtig, das war die liebe Jasmin, die zu uns im Training kam. Da ging es nicht um das Thema Struktur, da ging es nicht um das Thema Sichtbarkeit. Da ging es nicht um das Thema, wie ist meine Positionierung, sondern wir haben festgestellt, es gibt innere Haltung. Es gibt Glaubenssätze, Identitätsfragen. Und da haben wir vier Wochen, vier Wochen lang in das Thema, nur mit dem Thema innere Haltung gearbeitet, also Thema Identität. Und innerhalb von acht Wochen hat sie 120.000 Euro Umsatz gemacht. Das war wirklich von 25.000 Euro auf 120.000 Euro innerhalb von acht Wochen. Das hat mir dann auch persönlich gezeigt, dass es meistens nur um das Thema Identität, innere Haltung geht und nicht das, was ich im Ausland bekomme. Und Geld wäre dann die Folge dementsprechend? Immer. Erfolg, allein das Wort Erfolg ist ja erfolgt. Das heißt, auch Geld ist eine Abfolge von das, was du tust. Also wenn deine Motivation nur das Thema Geld ist, kann sein, bei ein oder anderen Coaches ist es auch das Thema Geltenmotivation. Aber langfristig wird sich das nicht glücklich machen, sondern mach das, was du liebst, mach das, was du kannst, mach das, was die Welt braucht. Wenn du gleichzeitig auch gut bezahlt wirst, dann wirst du merken, dass du immer die Ruhe hast und du wirst immer Geld haben. Jetzt ist ja der Coaching-Markt auch immer einiger Kritik ausgesetzt und es ist ja auch de facto so, dass es eine Bewegung gibt, zu schneller, höher, weiter. Was glauben Sie, wo entwickelt sich die Branche hin? Weil mit der Kritik muss man ja auch umgehen. Definitiv. Also ich bin der festen Überzeugung, dass ich selber das Ergebnis von Coaches, Trainer, Berater bin. Also der Jorah, der heute hier steht, ich beschäftige mehr als zehn Mietarbeiter. Wir haben allein letztes Jahr ein Auftragsflug von 3,5 Millionen Euro generiert. Wir haben eine 300 Quadratmeter Büro. Und da muss man sich die Frage stellen, wie ist das dazu gekommen? Ich finde, der Markt wird sich noch extremer, sich besser und optimistischer entwickeln. Und es werden aber auch Leute rausfallen, die es nur aus einem bestimmten Grund tun. Beim Thema Geld. Wenn du etwas tust, was du liebst, wo du besessen bist, wirst du auch in einem Markt entwickelt werden. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir auch Coaches und Experten brauchen. Weil in Amerika ist es ganz normal, dass jede zweite einen Coach, Trainer, Berater hat. In Deutschland ist es, kommt das. Und laut Forbes Magazin soll sich auch dieser Coaching- und Beratungsmarkt bis 2025 auf über 325 Milliarden Euro entwickeln. Also wer diese Chance auch nicht sieht und nicht erkennt, hat für mich wirklich einen Identitätsverlust. Und du wirst auch später merken, hätte ich lieber früher einsteigen können, also wenn du Coach, Trainer, Berater bist, solltest du auch in den Markt reingehen, das Ganze umsetzen, auch von dem Markt profitieren. Aber es werden Leute rausfallen, es werden die Guten vorankommen. Und es ist gut so, dass der Markt gerade so schnell ist, weil die Besseren werden vorankommen, die Schlechten werden rausfliegen. Ein ganzheitliches Coaching-Angebot also von Ihnen, das auch wirklich in die Tiefe geht. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, dass Sie das mit uns geteilt haben. Danke, dass ich hier sein darf. Alle Informationen finden Sie wie immer unter diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.